Boah, mir geht ganz schön viel durch den Kopf, also ich kann das Ganze noch gar nicht glauben, es fühlt sich echt an wie ein Traum, also ich habe das noch nicht realisiert und ich glaube, das wird noch ein paar Tage dauern. Ich war so locker wie noch nie, also ganz komisch eigentlich, also ich war sicher noch nie bei einem Böckerbrennen so locker und ich habe mich gut fokussiert, habe aber einfach lockere Füße gehabt und das war sicher ganz, ganz wichtig. Das war so der schönste Moment in meinem Leben und in meiner Skikarriere, also das sind Erinnerungen, die wir sicher für immer bleiben und ja, Wahnsinn. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020